Jordan Bayer, eines der großen Talente von Borussia Mönchengladbach, durchlebt eine schwierige Zeit seiner Karriere. Der 24-jährige Verteidiger, der im Sommer 2023 für unglaubliche 15 Millionen Euro zum Premier League-Klub FC Burnley wechselte, kämpft seit Ende letzten Jahres mit Verletzungen. Bayer, der als Leihspieler bei Burnley mit seinen soliden Leistungen eine entscheidende Rolle dabei spielte, dem Team den Aufstieg in die Premier League zu sichern, erlebte nach seinem dauerhaften Wechsel zum englischen Klub eine drastische Wende in seiner Laufbahn. AM30. Dezember 2023 erlitt der Spieler während eines Spiels gegen Aston Villa eine schwere Knieverletzung, die ihn seitdem pausieren lässt. Die Verletzung hätte für Bayer zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können, der von der Bank aus zusah, wie sein neuer Verein Burnley nach nur einer Saison wieder in die zweite englische Liga abstieg. Seitdem ist es dem Verteidiger noch nicht gelungen, sich vollständig zu erholen, und im Jahr 2024 hat er bisher an keinem einzigen offiziellen Spiel teilgenommen. Bayer sprach auf Instagram über ihre Situation und teilte dort die Herausforderungen mit, mit denen sie konfrontiert war. Letzten Oktober musste ich mich einer Regeloperation unterziehen und konnte schnell und ohne Zwischenfälle wieder spielen. Ich habe zwei Monate lang noch einmal gespielt, bis nach der Operation ein sehr unwahrscheinlicher Umstand eintrat, erklärte er seinen Followern. Nach dieser seltenen Komplikation unterzog sich Bayer einer zweiten Operation, die erfolgreich war, aber nicht ausreichte, um seine sofortige Rückkehr auf das Feld zu ermöglichen. Meine Rückkehr wird bis zum nächsten Jahr dauern, fuhr der Verteidiger fort und verriet das Ausmaß seiner Abwesenheit. Die Frustration wird in den Worten von Bayer deutlich, der 2024 noch nicht die Chance hatte, seinen Fußball zu zeigen. Ich vermisse den Fußball sehr, aber ich kämpfe darum, so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kommen, um wieder mit ihm zu feiern. Team und die Fans, sagte der Verteidiger, entschlossen, diese schwierige Phase zu meistern. Die Geschichte von Jordan Bayer ist eine bittere Erinnerung daran, wie unvorhersehbar sich die Karriere eines Spielers ändern kann, und seine Abwesenheit ist sowohl bei Burnley als auch bei den Gladbach-Fans zu spüren, die das Schicksal des jungen Talents des Vereins aus der Ferne verfolgt haben. Und du, Fan? Glauben Sie, dass Bayer das Ruder herumreißen und gestärkt zurückkommen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.